hallo und willkommen zu diesem kurzen wirkschen video und mit domi hallo und ja er will mir ein video zeigen wo ich noch nicht kenne und dadurch sagen lasst die party beginnen was neue kontrollen die karte rote sieht ja mal nice aus ok das ist ja mal mega geil ja das sage ich dir der rote werde ich mir eines tages holen wenn ich einen ps5 arbeite der riede mega aus laut meinen informationen soll er sogar zehn euro mehr kosten also der rote soll 80 euro kosten und der schwarze normal wie der weisse jetzt hat sie 70 euro ja aber komm jedes jahr immer das gleiche wenn neue konsolos kommt weil sie eine andere farbe haben klar 10 euro teure klar und dann würde ich sagen was von diesem kurzen review von der neuen schox controls von der play sie das hat gefallen hat lassen da noch und dann lassen aber da vor allem für bei einer stadt auch ein abo da er hat eine ja lange und uns bis zum nächsten wer schon und schaut auf dem gelben kann auch vorbei dort sind wir kurz von 1k So, tschüss. Ciao!